Hallo und herzlich willkommen zurück zu All The Mods 2 Plus. Wieder alleine. Ich habe jetzt ein paar Sachen verarbeitet. Man kann jetzt ohne Probleme dem MME-System mal befehlen, zwei 64k-Stowages zu craften. Alles ist dafür da. Okay, jetzt ist soweit alles dafür da. Und direkt das nächste rein, das ist gut. Ja, das werden, glaube ich, ziemlich viele sein. Ich habe ein paar Enderperlen gefarmt. Das sind ja wirklich verdammt viele. Na gut, dann müsst ihr jetzt eigentlich alles, also das Ganze. Ja, okay, damit ist er gleich fertig, das Ganze dazu zu verarbeiten. Wir haben ein paar Chunks erhalten. Ja, so, zwei. Ah, Tier 2, Tier 3, Tier 2, Tier 3, Tier 2, Tier 1. Der hat keine Tiere, auch gut. Na ja, okay. Additions. Den würde ich hier gerne mal craften. Okay. Tier. Oh. Mal gut, so viel dazu. Hab ich nicht mehr genug Dichass. Okay. ich brauche zwei ender perlen pro chan durch woche vier chance pro dingens an den wert ausmacht hier drei chunks heute alles bringt mir sehr viel da noch was drin ich habe sichergestellt dass da items rein gehen wenn man es einsammelt wieder tag so will ich das haben weil wenn es dunkel ist dann haben wir kein strom ich habe den jetzt mal hierhin verschoben den energizer also den könnten wir auch vielleicht upgraden nehmen wir mal mit was wir noch bauen können ist der gegenteil der gegenteil das gegenteil zum energie server das ist das gegenteil zum energizer wie viel eisen der jetzt arbeiten muss also der hier hin ach so das ist erst hier drei mob junk okay dann müssen wir das hier machen einen haben sogar noch so viel zwei und die beiden jetzt damit haben wir zwei davon aus denen können wir zu 1 sieht bauen wenn wir den mittelgrund sieht haben und den habe ich sogar nur das habe ich nicht 1 2 3 4 du warst jetzt der der man zum ja genau du bist der der man zum ender wenn sie kommt jetzt habe ich nicht mehr genug davon weißt du was genau aus dieser essenz so Lil aus dieser essenz wird diese essence aus dieser essence wird diese essence aus dieser essen wird diese essence ich war auch da muss da wir verkauft da raus ah, nicht lägen ich habe gesagt nicht lägen spiel spiel was ist denn mit dir los ah, jetzt darf ich es wieder beenden warum ist das in letzter Zeit so vorher konnte ich das auch jahrelang anlassen ohne dass es irgendwann crashte oder einfach anfängt zu hängen und nicht mehr aufzuhören damit besser gesagt die sollten in OBS mal so eine Art Stop Button einbauen ich habe jetzt keine Lust das extra so zu machen dass ich die Aufnahme cutten müsste dann habe ich nochmal mehr Aufwand der eigentlich komplett unnötig ist habe ich mir eigentlich einen Timer gestellt hm, nein, glaube ich nicht will schon passen ja, würde schon passen Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn es irgendwie Unterschiede gab, also wenn neue Motzen zugefügt wurden oder so, dann wird das Spiel zumindest tausendmal schneller starten. Ich weiß, was vielleicht das Problem ist. Ich habe zum Ende mein Farmer eine Render-Distanz hochgestellt. Vielleicht ist das das Problem. Muss ich gleich mal wieder runterdrehen. Mach fertig! Es dauert so ewig. 28 und 3 und 35. Lass mich in das Spiel klicken. L. 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 Der Spiel hat immer noch lag, obwohl ich gerade die Junk-Lade-Reichweite ja tausendfach verringert habe. Das Spiel sollst du nicht auf so wenig FPS laufen. Was nehme ich denn überhaupt in 60 auf? Wenn du da nicht mal in den Ansatz drankommst. Das ist ja nur so manchmal. So, machen wir das. Hey, machen wir das wieder. Boldeschwert. Jetzt eigentlich fertig. Warte, wie sieht's denn hier aus? Also, er hat nix mehr drin. Spei. Ja, zwei sind fertig. Gut. Eine 64k da rein. Dann die da weg. Die rein. Ich glaub, ja, ja, deswegen auf den, was drauf ist, sind die beiden. Ah. Eigentlich will ich die nicht hier reinschmeißen. Das sollte schon eine eigene Werkbank sein, würde ich fast sagen. Verwässerung des Durchflusses. Eine. Und denen wollte ich insgesamt vier herstellen. 16. Oh. So. Ich habe auf jeden Fall genug Zucker dafür. Es ist schon wieder dunkel. Aber ist das nicht gerade eben schon? Soll nicht immer so schnell gehen. Ey, what the fuck. Warum? Warum ist das immer so schnell dunkel? Ist eigentlich nicht die Schlaustein, dass ich das hier oben habe. Genau deswegen brauche ich ja auch so viele Enderperlen. Weil ich das alles nur mit Riesen die Blöcke nochmal machen kann. Und anders geht es nicht. Mit denen hier. Und die kosten Enderperlen-Blöck. Und okay, Diaz. Sollte vielleicht mal wieder welche farmen. Ist immer so Diamanten intensiv, der Scheiß. Ist das vielleicht daran, weil der hier... Ja, das liegt wahrscheinlich daran. Ansonsten müssten wir eigentlich Plus vom Strom her machen. Und dann... Mehr Lab Wie Lab es wieder immer rauskommt Das ist schon voll heftig Noch nicht voll Lass mal noch da drin liegen Okay gut, das zieht schon ordentlich Strom, Items zu reparieren Da wird schon viel Energie für verbraucht Sind hier eigentlich... Hier sind alle angeschalten, oder? Hier sind alle permaaktiv Aber man kann die ja hier mit mehr oder weniger manuell ausschalten Ihr müsst jetzt technisch gesehen alles draufpassen Verbesserung des Durchflusses Vier Stück Habe ich die noch nicht reingetan? Ja, habe ich Verbesserung des Durchflusses Ähm, Verbesserung des Durchflusses Vier Stück Starten Kommt hier erstmal das Zeug rein Warte, den nehme ich mal raus Damit der hier schneller arbeitet Ich baue ja eigentlich diese Verbesserung des Durchflusses für genau den da Der dann besser arbeiten kann Ah, okay gut, der kann glaube ich erst anfangen, wenn das hier fertig ist Oh, der sieht man spielt Rocket League Interesting Ja, genau dafür braucht er das Silikon Warte mal Silikon Okay Welcher Typ hat das übersetzt? Weil das ist ja eindeutig der deutsche Begriff für Silikon Also Weil es ist eindeutig deutsch geschrieben Nur weil das gleich heißt, heißt das nicht, dass das das gleiche ist Das englische Silikon ist Silizium auf Deutsch Hat der Typ das selber übersetzt, oder was? Ah Die sollten glaube ich als nächstes gecraftet werden, oder? Braucht man noch andere als die Golddinger, um die herzustellen Schauen wir mal Ne, jetzt werden sie gecraftet Jetzt werden hier die Verbesserungen in die hier gecraftet Und immer vier davon werden zu einer Verbesserung des Durchflusses Genau, jetzt haben wir schon mal eine Müsste hier drei weitere herstellen Wenn der ist natürlich das schon mal hier rein Haha Er geht aber viel raus Wie verbraucht er jetzt? 15 er ist Er geht aber viel auf einen Schlag rüber Ah, drei Okay, dann ist er fertig Bam Okay, hier scheint noch genug Strom zu kriegen Dass das locker funktioniert Ja gut, das ist ja gut zu wissen im Endeffekt Da kommt eh gleich vier raus Weil das ist halt so Es kommen halt vier raus in dem Rezept Ah, die Herstellung von dem habe ich Die Herstellung von dem habe ich Jetzt brauchen wir die Herstellung von dem hier Oder ja Daraus wird ja in dem Sinne nichts besseres hergestellt Genau Das heißt, er kann jetzt Die Herstellung von dem Grün fehlt noch, sehe ich Genau Jetzt kann er genau das craften Er kann auch von dem gelben bis nach ganz oben craften We find, 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 storage Auto Auto Hm, ja gut Muss Okay Dann craften wir jetzt erstmal noch ein Muster Quats Am So Also, dann speichern wir mal die Herstellung eines Musters auf Muster Ja Das ist schon klar, dass sich das nicht ändert Das ist ja auch die Herstellung des Musters selber Okay, das kommt hier rein Und jetzt Die Herstellung eines Einer automatischen Werkbank Und hier rein Wenn ich jetzt sage Au Jetzt sage ich, wenn er automatische Werkbank craften Das Gehäuse kann er nicht craften Und die beiden kann er nicht craften Okay Habe ich noch leere Muster? Zwei Lol, hatte ich das da reingeworfen oder was? Warte Damit löscht man Muster Jetzt ist es wieder leer Okay Ich brauche jetzt ein Muster Für das Gehäuse Dann brauche ich ein Muster für das hier Und dann noch ein Muster für das andere Genau das hier So Okay Dann craften wir mal die automatische Werkbank Die wir jetzt noch brauchen Oder wir craften sie im nächsten Part Wir werden nicht vergessen Und ciao 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 Ciao